Hallo und herzlich willkommen bei Investboost. Mein Name ist Michael Löffler und heute gibt es große Nachrichten. Die super bekannte App Trade Republic macht es jetzt möglich in Kryptos zu investieren. Und wir springen gleich mal auf die Homepage von Trade Republic. Wenn wir jetzt hier auf den Reiter Produkte gehen, sehen wir im unteren Bereich Kryptos. Ganz neu, heute am Donnerstag hier auf der Homepage eingepflegt. Wir klicken mal drauf. So, und wir sehen schon Mehrwert mit Krypto. Kaufe, Hottle oder Verkaufe, Bitcoin, Ethereum, Litecoin oder Bitcoin Cash. Rund um die Uhr, provisionsfrei, mit Sicherheit einer deutschen Bank. Ja, große Nachrichten würde ich sagen. Wir gehen nachher auch gleich mal darauf ein, für wen das keine gute Nachricht ist, dass jetzt eben Trade Republic auch Kryptos anbietet. Kommen wir aber zum späteren Zeitpunkt dazu. Ja, gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Dann sehen wir eben nochmal, dass eben diese vier Kryptowährungen 24 Stunden, 7 Tage handelbar werden. Und ja, wir sehen von diesen vier Kryptowährungen sind praktisch zwei, die wirklich die größte Marktkapitalisierung haben. Das ist einmal eben der klassische Bitcoin und dann Ethereum. Ich bin übrigens in beide, also in Bitcoin und auch in Ethereum auch selber investiert. Ja, gehen wir weiter runter. Tausche Euro gegen Krypto, provisionsfrei. Also man bleibt praktisch dem Stil, wie es auch im Aktienhandel ist, treu. Wie bei allen Assetklassen sind auch Krypto-Trades provisionfrei. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten, weder für die Verwahrung noch für das Networking. Für die Ausführung der Order fallen keine Fremdkosten oder fallen nur Fremdkosten von nur einem Euro an. Also wie eben im Aktienhandel bisher auch der Fall. Ja, wir springen mal auf diesen Artikel. Hier sieht man eben, dass es ab heute losgeht. Und man kann lesen, dass eben Trade Republic diese Konstellation eben nicht alleine anbieten wird, diesen Kryptohandel. Sondern es kommen zwei US-amerikanische Firmen mit ins Boot. Das ist einmal die Firma BitGo und einmal die Kryptobörse B2C2. Ja, ich bin wie gesagt in Bitcoin und Ethereum investiert und auch noch in ein paar andere oder weitere Kryptowährungen. Ich bin seit 2017 auf diesem Markt unterwegs und muss aber sagen, ich bin kein ausgemachter Krypto-Experte. Trotzdem muss ich sagen, die beiden Firmen sagen mir persönlich nichts. Ja, man muss einfach so ein bisschen sehen, was da kommen wird. Aber ich gehe davon aus, dass praktisch dieser Kryptohandel gut organisiert sein wird. Weil im Endeffekt Trade Republic das bisher, oder ja, ist ja ein Aktienhandel auch sehr gut hinbekommen hat. Und wir vor allem bei Trade Republic mit einer sehr leichten Handhabung und einer sehr guten Oberfläche rechnen können. Und da habert es ja ein bisschen bei so vielen anderen Möglichkeiten, worum eben Kryptowährungen handeln kann. Ja, ich habe ja angekündigt, auch gleich so ein bisschen ein paar Gedankengänge dazu loszuwerden, für wen das eben keine so tolle Nachricht ist. Und aus meiner Sicht ist diese Nachricht, die für uns Anleger eine gute ist, für zum Beispiel die Bitcoin Group keine gute Nachricht. Die Bitcoin Group betreibt ja die Seite bitcoin.de, was einen Handelsplatz darstellt von Kryptowährungen. Und hier kommt eben jetzt mit Trade Republic ein großer, neuer, starker Gegner mit auf den Platz. Und man muss sehen, inwieweit sich bitcoin.de hier vor schützen kann. Und man muss einfach denken, Trade Republic hat mittlerweile eben einen sehr, sehr großen Kundenstamm. Und da werden mit Sicherheit auch die ein oder anderen bitcoin.de-Kunden mit dabei sein. Ja, für wen das ebenfalls nach meiner Meinung keine so gute Nachricht ist, ist eben Coinbase. Natürlich ist es so, Coinbase wird es bei Weitem nicht jucken, dass Trade Republic eben jetzt auch den Kryptohandel anbietet. Man muss aber bedenken, dass dieser Schritt jetzt eigentlich relativ einfach zeigt, dass eben in diesem Kryptohandel an sich wenig Burggraben vorhanden ist. Und Coinbase ist auch bei Weitem nicht die größte Kryptohandelsplattform überhaupt. So, dass man sich sagen könnte, okay, wir sind die Nummer 1 und deswegen unangreifbar. Das ist ja in dem Fall Binance. Und somit möchte ich einfach so ein bisschen festhalten und euch den Gedankengang geben, dass eben, ja, dieser Schritt jetzt von Trade Republic eben zeigt, dass der Kryptohandel an sich eben wenig Burggraben mit sich bringt. Und eben diese beiden Aktien, man drüber denken muss, bei Bitcoin Group und eben auch bei Coinbase, wie groß eben ihr Burggraben ist. Ja, auch für Square hat das eine gewisse Auswirkung mit der Cash App. Aber hier sehe ich praktisch den Burggraben durch den bereits großen Bestand an Kundschaft, ja, eigentlich gegeben. Also sprich, Square wird das auch betreffen, eben jetzt dieses Aufkommen der weiteren Kryptobörsen oder Händler. Aber trotzdem, hier sehe ich es nicht ganz so schlimm. Ja, ich wollte mit euch diese Nachricht teilen, ganz heiß und fettig. Donnerstag, also heute geht es praktisch los. Ich habe nachgeschaut, bei mir ist es noch nicht verfügbar. Ich kann auch nicht in Bitcoin heute investieren. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass es eben noch nicht sofort bei jedem losgehen wird. Aber dann peu a peu über die nächsten Tage oder vielleicht Wochen wird dann jeder, der bei Trade Republic ist, eben auch in diese vier genannten Kryptowährungen investieren können. Wahrscheinlich später kommen noch, denke ich, weitere dazu. Aber das soll es jetzt für das erste gewesen sein. Und auch für das Video soll es das gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Und ciao!